Da muss man was auf die Achter ziehen. Das ist alles klar. Was ist das denn? 16 in den CRF. Halt die Pro-Mode. Ja, im Angarden Pro-Mode. Da ist neben mir auch das. Also GSD 7.3. Die hat jetzt maximal eine Angriffsleistung von? Die Spindel hat 22,4 kW. Das ist neben ein Spiegel mit 12.000 im Regen. Der maximale ist in dem Moment 122 Minuten. Allerdings denke ich bei 12.000. Bei dem Ball ist es nur ein Halb. Du musst die Spindel belagern? Nein, das ist ganz normal. Das ist ein Kugellager. Abonniert den E quero, dass ich mehr Democrats hier im Regen vai. Die große Station ist auf ein Kugler. Das ist richtig bull. Ich habe einen Stiefenbusses. Ich habe einen Stiefenbusses. Da kann ich noch mal einsetzen. Da kann ich dann... Wir werden hier kommen. Die Stiefenbusses sind in den Stiefenbusses. Die Stiefenbusses sind und die Stiefenbusses sind. Das war's für heute. Ich filme mal mit. Es geht nicht, es muss dazu sein, es ist ohne Sicherheit drin. Der Werkzeugwechsler sind jetzt 12 und 12. HSK 25. Das Bauteil, wenn Sie antasten müssen, Sie können auch anzoomen und sagen okay. Das gefällt mir jetzt, jetzt wechsle ich es zum Antasten über, sage okay, ich mache einen Kreis, so, der Kleine rechnet jetzt, oder ich sage, ich mache einen Viereck, also Sie müssten nicht der größte Zeichner sein. Und sagen okay, ich möchte diesen Kreis antasten. Man kann ihn größer oder kleiner zoomen. Man kann sagen, ich möchte den Endkreis antasten. Sie können die Variablen verschieben. Und, ähm, dieser orange-gelbe Strich ist dann die Eintauchlänge, wo der Taster halt auf die Suche geht und so lange es verfährt. Das ist die Z-Achse. Dann sagt man einfach, okay, das ist das Bauteil. Und das Ziel muss starten, das schwenkt einfach. Und jetzt die Z-Achse. Gut, das ist die Linie Längenmessung. Okay, somit ist das Bauteil ausgerechnet. Wir fahren jetzt bis hier in 3.000 Euro im Leon, 10 Meter Frosch. Okay, das ist die Linie Längenmessung.